High-End steht für das Beste vom Besten. Während der High-End in München wird es zum Erlebnis. Denn auf der internationalen Audiomesse dreht sich alles um exzellente Musikwiedergabe. Hören, live erleben, staunen und anfassen. Auf der High-End gibt es so viel zu entdecken. Vom beeindruckenden Sound über innovatives Design und hochwertige Technik für den authentischen Musikgenoss. Internationale Aussteller präsentieren eine unvergleichliche Produktvielfalt und überraschen das Publikum mit ihren Weltneuheiten. Gemeinsam erleben oder alleine genießen. Hier bieten sich zahlreiche Möglichkeiten, in unterschiedliche Klangwelten einzutauchen. B2B-Kontakte pflegen, Geschäftsverbindungen aufbauen und neue Partner finden. Auf der High-End trifft sich die Fachwelt aus der ganzen Welt. Wer neue Partnerschaften mit Herstellern von Zulieferprodukten sucht, kann sich in Ruhe auf der IPS umsehen. Die OEM-Messe für die Audioindustrie ergänzt sinnvoll die High-End. Perfekter Klang zu einem erschwinglichen Preis? Die Initiative Sounds Clever beweist mit geschickt zusammengestellten Anlagen, dass guter Sound bezahlbar ist. Kopfhörer werden immer beliebter und vielfältiger. In einem eigenen Ausstellungsbereich, der World of Headphones, kann man sie ausprobieren und direkt vergleichen. Ein Publikumsmagnet für Jung und Alt. Der Markenbotschafter 2022 Alan Parsons ist als Musiker und Produzent weltberühmt. Sein Statement zur High-End? Einmal Alan live begegnen. Diese Chance ließen sich zahlreiche Fans nicht entgehen und freuten sich über persönliche Worte und ein Autogramm von dem Weltstar. Es gab sie unglaublich. Es war unbeschreiblich. Es bekommt einen Ehrenplatz natürlich. Musik live von der Bühne gehört zu einer Audiomesse ebenso dazu wie die Demonstration von Perfektem Sound im Auto. Präsentiert in luxuriösen Fahrzeugen ein Genuss für Ohren und Augen gleichermaßen. Lust auf ein kaltes Bier oder eine deftige Weißwurst? Wer nach so vielen Eindrücken eine Pause braucht, der findet in verschiedenen Restaurants und im Bayerischen Biergarten alles für das leibliche Wohl. Wir sehen uns 2023 wieder im Mai und wieder im MOC München auf der internationalen Audiomesse. We stay!